Was? Du? Marathon sind 40 Kilometer. Und du kannst nach 10 Kilometern nicht mehr. Quatsch. Wer würde eher einen Monat ohne sein Smartphone auskommen? Ich kann mit meinem Hund Gasse gehen. Du? Ich kann alleine laufen gehen. Nein. Ich habe viele Freunde. Meintraut. Wer würde eher seinen Instagram-Account löschen? Seiner wurde ja schon gelöscht, also von dem her. Tut weh, aber egal. Wer würde einen Marathon absolvieren? Was? Du? Marathon sind 40 Kilometer. Und du kannst nach 10 Kilometern nicht mehr. Das ist Quatsch. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Russischer Bär. Wer würde eher alleine die Wohnung putzen? Wer würde eher einen schlechten Witz erzählen? Wer würde eher einen schlechten Witz erzählen? Was? Du? Wie schlecht? Ich bringe ja die blöderen Sprüche. Aber ich die besseren Witze. Ja, okay. Dann doch nochmal David. Wer würde eher ein Handballspiel entscheiden? Ich gönne. Ich gönne auch. Wir sind nett. Letzte Parade. Sieben Meter. Sieben Meter wirfst du. Wer würde sich eher einen Monat nur von Fast Food ernähren? Ja, das ist ganz klar. Das ist nicht so schwer. Und wer von euch beiden würde eher einen Bungee-Sprung antreten? Ich würde es auch. Eher? Also es ist schwierig. Wir würden es beide machen. Und die letzte Frage. Wer würde eher die Führerschein-Prüfung vermasseln? Ganz klar. Ganz klar. Bei seinem Fast-Stil ganz klar.